Musik Ja, herzlich willkommen bei den Müllmachern in Unterkrummbach, neben Heißbuch im Nürnberger Land zum Newsletter Nr. 98, in dem wir Sie ganz herzlich zum Heiligen Morgen zum Sekt einladen möchten. Eine alte Tradition aus der Buchhandlung, Stöber ist das noch. Außerdem wollen wir Ihnen sagen, wann wir für Sie da sind, natürlich zwischen den Feiertagen, aber auch in der ersten Januarwoche. Und das macht deswegen besonders viel Sinn, weil die JORI 10% Komfortaktion bis zum 6. Januar verlängert. Außerdem möchten wir Sie nochmal bitten, die Frageböen auf der Rückseite des Kalenderanschreibens auszufüllen, denn wir verlosen unter allen eingehenden Fragebögen 5 Ergokissen von Volatour an. Ein besonders heißer Tipp ist, dass wir im Moment einige Giovannis hier haben, die aus Nussbaum gefertigt sind, aus Framefischen selbstverständlich. Dann wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir auch wunderbare Türen fertigen, wie man hier sehen kann. Und dass wir den ultimativen Vergleich zwischen dem größten Kugelgrill mit Gas und dem größten Kugelgrill mit Holzkohle gefertigt haben. Auch das können Sie alles im Newsletter nachlesen. Wir können Ihnen für die ruhigen Tage unseren Jahresrückblick empfehlen. Dauert 24 Minuten, weil die Veranstaltung mit Dennis Scheck und Holger Holber natürlich so toll war, dass es nicht ganz einfach war, es noch kürzer zu machen. Das ist die kurioseste literarische Veranstaltung. Wir haben uns kennengelernt, wir haben es gerade vorhin mal nachgerechnet, aber wir waren zumindest sauer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Schauen Sie rein, bis bald! Frohe Weihnachten! Und das ist ein neues Tag! Und das ist ein neues Tag!